So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe ja gesagt, ich habe am Montag den Stream ausgesetzt, weil ich ein bisschen krank bin, ein bisschen erkältet bin. Jetzt merke ich auch nach zehn, nach gefühl einer Woche, jetzt kriege ich auch noch Herpes an der Fresse oder irgendwas. Es hört nicht auf. Der Mund ist total wund, der Korb hämmert, Tabletten, Saft, Spray, Haustier, Sachen reing und alles. Also aber, keine Ahnung, mir geht es auf jeden Fall nicht gut, aber ich möchte trotzdem eine Folge Raider Mittwoch aufnehmen. Denn wir haben letzte Woche keine Folge Raider Mittwoch gehabt. Raider Mittwoch ist ein Format, was ihr vielleicht gern guckt, die Leute, die aktiv immer da Sachen einsenden. Und die sind schon traurig gewesen, dass letzte Woche nichts kam. Und jetzt habe ich zwei Wochen im Prinzip gesammelt und habe trotzdem nur so viel wie sonst in einer Woche. Woran das lag, vielleicht an der Extremsituation, die momentan geherrscht hat mit Adi, mit dem Account, mit jetzt auch Krankheit, mit allem. Mit den tausend Bands, die gerade rumgehen, habe gehört, viele von euch sind auch betroffen, haben gar keinen Account mehr oder sind 30 Tage weg. Keine Ahnung, was gerade vor sich geht. Die ganzen Hardcore-Spieler fliegen weg. Die Gelegenheitsspieler, die nur einmal pro Woche reingehen, die hören von alleine auf. Also, ich weiß nicht, wie lange das noch so gut geht. Wir haben trotzdem versucht, jetzt die Highlights der Woche für euch zusammenzufassen. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Raid Mania gibt es nicht. Es wird am Mittwoch keine Raid Mania mehr geben. Ich habe zwar einen neuen Account, wie gesagt, aber den werde ich komplett Free-to-Play spielen. Keinen einzigen Cent mehr für Niantic. Sie haben 10.000 Euro genommen. Sie wollten keine weiteren 10.000, also kriegen sie jetzt halt gar nichts. Ding gegessen. Jetzt aber zu den Highlights der Woche und natürlich auch dem Schocker der Woche. Angefangen hatte die Woche, also vor zwei Wochen, dieses Bild, da habe ich von Heiko nämlich mein letztes Ticket bekommen zum Z-Day für den Glumander Z-Day. Okay, ihr wisst, ich habe immer, wenn ich ein Ticket von euch bekommen habe, meinen Buddy auch genannt, nach dem, der mir das Ticket gekauft oder geschickt hat. Das heißt, alle, die den Ramses der Digga-Account noch in ihrer Liste haben, müssten sehen, dass der Buddy FVN 2018 AMK heißt. Der wird jetzt immer so bleiben, aber den kann ich ja nicht mehr ändern. Wenn ihr den Ramses-Account also aufhebt, werdet ihr immer sehen, Heiko hatte mir das allerletzte Ticket geschenkt, womit ich dann den Z-Day gespielt hatte. Dann habe ich bei Pokémon Sleep eine Bohnenwurst gesehen und die fand ich so genial, die musste ich einfach hier reinnehmen. Ist nichts Besonderes. Viele von euch werden das schon gesehen und gelesen haben alles. Eine gesunde Wurst, die aus Bohnen hergestellt wird. Welche Pokémon gerne verspeisen. Also die Bohnen, die verspeisen gerne die Pokémon. Und wenn die Bohnen dann satt sind, verwandeln die sie in eine Wurst. Dann am Apago, ich vermiss deine Geschenke, Bro. Shiny Magnetilo, Shiny Mew. 100% Mario Horn mitgenommen. Wohl wieder getauscht. Vielleicht was für Raider Mittwoch vom Bisa-Fan-DV. Den habe ich jetzt auch nicht mehr in der Liste. Shiny Pandia in 98. Dann bin ich auf dem Main. Die letzten Glücksfreunde. Das letzte Mal glücklich geworden mit Kabi Knusper, mit Zogamite und mit Aliton. Wir haben natürlich unsere Glückstrades schon gemacht. Dann waren keine Glücksfreunde mehr da, die sich gemeldet haben. Beziehungsweise, was ich lustig fand. Mr. Hasini bin ich gefühlt. Drei Monate habe ich gewartet, habe ich angeschrieben. Bei Campfire bin ich hinterher gerannt. Und kam nichts. Wir waren Glücksfreunde schon über drei Monate. Als der Account gesperrt wurde, einer der ersten, der kommentiert hat, war Mr. Hasini. Und geschrieben, oh mein Gott, das tut mir leid. Wo warst du denn davor? Wir hätten doch wenigstens unseren Glückstausch noch machen können. Ja, jetzt dauert es erstmal, bis man beste Freunde wieder sammelt. Und bis man mit denen wieder glücklich wird. Aber es lohnt sich auch gar nicht mehr glücklich zu werden, weil ich habe ja eh nichts. Ich habe nichts. Nichts. Früher jedes Legendäre konntest du haben. Ich habe alles gehabt komplett. Aber jetzt? Der Daily Pass wird genutzt für einen Raid. Da kommt nicht viel bei rum. Also macht euch keine Hoffnung. Macht das, wenn ihr mich mögt. Wenn ihr sagt, ihr seid gerne mit mir befreundet. Macht das nicht, wenn ihr denkt, ihr könnt hier groß was rausziehen. Also die Zeiten sind vorbei. Ist auch vielleicht besser so. Dann haben wir hier Patsch. Gerade noch was gesucht und was Cooles gefunden. Der Trainer von 2016. Da sah auf jeden Fall alles anders aus. Das Coin-Symbol war unten links. Stand direkt die Zahl dran. Euer Team stand rechts unten. Der Name stand über euch. Das Level, die EP, das Tagebuch. Das war ein komplett anderes Design. Dann nochmal. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Aber es ist auch total ausgelutscht. Deswegen ist es nicht Schocker der Woche. Mein Hauptaccount, Null Ramses der Dicke, ist gesperrt. Und nicht für 30 Tage, sondern permanent. Ein Permabann. Letztes Jahr, als ich in Berlin war und dort gefilmt habe und Vlog gedreht habe, zurückkam. Kurz danach habe ich einen 30-Tage-Bann bekommen. Und dieses Jahr, GoFest, danach, zack, der Permabann. Weil in dem einen Video im Hintergrund, da habe ich ein Hintergrundbild aus YouTube genommen, aus Google genommen, da war ein englischer Text und da stand was mit 30 days und so. Jetzt haben alle gesagt, ah, das sind nur 30 Tage, ist doch alles gut. Nein, das ist von meinem Account, der ist Permabann. Ja, was heißt das Permabann eigentlich? Es steht in den Argenti-Richtlinien, dass das wohl 10 Jahre sind. Und wer weiß, ob es die App dann überhaupt noch gibt. Borgi hingegen hat was viel Lustigeres gefunden. Du hast so oft die Nutzungsbedingungen verletzt, dass wir es nun aufgeben, dich weiterhin zu überwachen. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn mehr, dich permanent sperren zu wollen. Habe weiterhin viel Spaß am Cheaten und Spooven. Dein Detect-Team-Meldungen dieser Art wirst du nie wieder bekommen. Klicke hier, um die dauerhafte Überwachung zu deaktivieren. Und da würde ich jetzt gerne drauf drücken. Aus dem ganzen Thema heraus habe ich bei Discord plötzlich eine Freundschaftsanfrage bekommen von Spiele-Trend. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das der echte Spiele-Trend war. Ob das wieder einer war, der sich nur dafür ausgegeben hat. Er hat mir auf jeden Fall geschrieben. Hat dann auch gesagt, dass er das richtig kacke findet. Also er findet es schade. Und meine Situation allgemein hat die Videos gesehen mit Adi. Er weiß, wie viel mir der bedeutet. Er weiß, wie viel mir der Account bedeutet hat. Wie viel Leidenschaft ich trotzdem aufgebracht habe dafür. Warum das alles so war, wie es war. Er versteht das. Viele verstehen das nicht. Weil die einfach... Die sind halt nicht drin. Die wissen gar nicht, was, wie, wo die Hintergründe haben. Mittlerweile denke ich, es war vielleicht doch der echte. Weil er auch in seinem letzten Video, als er nochmal über einen Exploit geredet hat, auch kurz mich erwähnt hat. Und dann nochmal Sachen genannt hat, die auch in dem Gespräch zum Beispiel vorkamen. Mit den Summen, die da rein investiert wurden. Und... Wie man das jetzt was, wie, wo und überhaupt. Auf jeden Fall hatte ich Spieletrend immer auf dem Main-Account drauf. Bei dem hier weiß ich nicht, ob ich den jemals so draufkriegen werde. Bringt ja eh nichts. Ist ja eh alles sinnlos. Dann noch ein Foto von Jewel, was auch sehr nostalgisch jetzt dann wirkt. Denn Jewel hatte mir mal geschrieben, dass sie alles bekommen hat, was sie wollte beim Go-Fest. Bis auf diesen blöden Affen. Und ich habe gesagt, komm Jewel, ich habe doch noch so einen blöden Affen. Von mir kriegst du so einen blöden Affen. Dann hat sie sich mega gefreut. Und war total dankbar, dass sie so einen blöden Affen bekommen hat. Ja, die bösen Spoofer, die die Möglichkeit haben, einfach mit dir zu tauschen. Und die, wenn sie viel gespielt haben, halt mehrere Shinies haben. Und die dann verlosen können oder verteilen können in der Community. Oder bei Lucky Trades abgeben können. Oh mein Gott, was habt ihr da für Nachteile. Sie hat sich mega gefreut bei den Affen. Hat ihn jetzt auch hier mit in Urlaub genommen. Hat mir nochmal so ein Bild geschickt. Ich habe jetzt gar keinen Affen mehr. Und das wird sie vielleicht in Erinnerung behalten. Weil es gefühlt eines der letzten Traits war, die ich gemacht habe. Wo ich jemandem was gegeben habe. Paco hier mit dem 100er Pipi. Dann mit dem 100er Glurak, was auch mega entwickelt wurde. Ein 100%iges Eboli. Flauschling in Shiny vorhanden. Dann endlich alle drei selbst gefangen. Und endlich, Arctos war echt ein Krampf. Hat hier also die Gala-Vögel. Hat sich einen getauscht gehabt. Hat jetzt selber aber auch einen bekommen. Arctos hat wohl am längsten gedauert. Ich hatte auch alle drei Gala-Vögel in Shiny-Lucky auf 40 gezogen. Wollte die mal in der GBL irgendwie ausprobieren. Habe ich glaube ich gar nicht gemacht oder so. Kam ich gar nicht dazu. Ist jetzt auch wieder kein Thema. Ihr seht, egal was ich mir angucke. Mir fällt immer was von mir ein, was mich wieder triggert. Dann gab es das allererste Ticket für den neuen Account, für den Habanero Lime von Henry Niki. Der hat gestern Hilfe gebraucht. Jetzt Dankeschön. Hatte mir plötzlich so ein Ticket geschenkt. Für diese Parmoforschung, die total nutzlos ist. Hat er es trotzdem gemacht. Deswegen heißt mir ein aktueller Buddy. Jetzt Henry Niki. Weil mir schon wieder ein Ticket geschenkt wurde. Macht das nicht. Schenkt mir keine Tickets. C-Day-Ticket ist okay. Das ist nur 1 Euro und das ist einmal im Monat. Und dann gibt es schöne Inhalte. Aber irgendwelche Sachen, wo man sich für 6 Euro einen Rucksack kauft. Das muss nicht sein. Ich werde natürlich trotzdem ein kleines Video drüber machen. Das dann abholen im Video. Mich dann nochmal bedanken extra. Aber es ist jetzt nicht mehr so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Man muss nicht alles haben. Sag mal so. Genaya hier 100% erlöstes Wulpix. 100% Makovita. Dann hat sie ein Shiny bei Sleep bekommen. Wusste ich gar nicht, dass es da Shinys gibt. Hier nochmal Shiny Wablu, Flauschling und Tangela. Shiny Ferkoli. Shiny Hopspross aus Rom. Die ist nämlich gerade im Urlaub. Wundert euch nicht. Ah, Spoofer. Die hat einen. Also wer mal in den Gruppen so unterwegs ist, da hat sie sogar Urlaubsfotos reingepostet vor Ort. Und von irgendwelchen Kolosseen und irgendwelchen anderen. Bier. Bier hat sie auch gepostet, genau. Dann Selal, der hat mir wieder 120 Fotos geschickt. Ich habe fast alles rausgelassen. Aber dieses Schlurb ist dabei. Dieses Yorclef. Dann aber Lilminif. Wir haben Skorklar. Wir haben Minon. Wir haben seltene Pokémon in 2016. Und seltene Pokémon in 23. Früher ein Relaxo war es selten. Mittlerweile ist es selten, wenn es ein 100% Shiny Cowboyhut Relaxo... Das wäre dann selten. Das ist nämlich voll übertrieben. Da seht ihr mal, wie das Spiel sich verändert hat. Dann haben wir nochmal Shiny Flauschling. Barmelin in 100. Barmelin in Shiny. Katagami und Karguron. In ihrer wahren Form und Natürlichkeit gezeigt. Arakwa Shiny. Parmo 100. Den finde ich auf jeden Fall sehr cool. Habe ich ja im Game auch immer gehabt als Julchen. Das war mein Elektroangreifer. Weil der neu war. Ich das nicht kannte. Wenn ich einen 100er hätte, würde ich es auch Julchen nennen. Ich habe keinen 100er. Dann nochmal hier Shiny Fergoli. Dann haben wir Triple X. Hat sich eingeschlichen. Warum? Seht ihr, wenn ihr auf die Bälle guckt. Dodo. Shiny. Dann die Frage der Fragen. Was ist das Schwierigste von allen? Kekleon zu finden. Ignivor zu brüten. Einen Galafogel zu fangen. Oder 24 Stunden lang sich nicht über eine Yendik beschweren zu müssen. Da könnt ihr mal sagen, was eure Antwort gewesen wäre. Kaiser Kai. Nächstes, was ich endlich gemaxed habe. Turdok für Megaentwicklung sicherlich. Dann auch mit Sonnenbrille. 100% alles dabei. Einfach random tausch. Habe die natürlich sofort entwickelt. Mit Kader getauscht. 100% Glumander. Ist shiny. Habe es auch erst nach 3 mal hinschauen gesehen. Shiny fluff fluff gebrütet. Max Out Dienstag gemacht. Fehlt nur noch Bisa Floor. Brauche ich aber noch ein paar XL Bonbons. Kaiser Kai. Dann der Kaiser Kai weiterhin. Wenigstens ist er auf den richtigen Account gekommen. Das ist nämlich ein Shiny Pampam. Da fällt mir gleich wieder ein. Ich habe doch auch 2 Shiny Pampam gehabt. Ich wollte die mal in dem Video zeigen. Ich wollte dann das entwickeln. Zu Pandagro. Damit man die Entwicklung auch mal sieht. Ist jetzt weg. Brauche ich nicht mehr zahlen. Ich wollte immer so sammeln. Bis ich so 10 neue Shinies hatte. Und die dann in den Videos immer direkt entwickeln und zeigen. Aber hat sich jetzt erledigt. Bierschanga. Die mal wieder was reing sendet. Das freut mich persönlich ganz total. Und dann vor allem noch dieser Storch. Der mich noch mehr an sie erinnert. Und der heißt Addeboom. Was war das? Addebomb. Addeboom. Und dann auch noch den Shiny. Und den gibt es ja nur im 3er Ray. Da muss ich mächtig Glück gehabt haben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt 1000 Rates gemacht hat. Ferkuli hat sie auch bekommen. Doch hinterher gesendet. Sören. 100% Traunfugil aus der Pausenquest. Scheinen häufiger aus der befristeten Forschung zu kommen. Hab schon viele gesehen, die 100er bekommen haben. Ferkuli. Sören. Nach gefühlt 1000 getauschten Evoli. Das 315. Glücks Evoli wurde zum 100er. Glückwunsch endlich. Was machst du jetzt damit? Mit Filinara. Glaziolla. Psyana. Ich glaube Glaziolla. Oder Filinara. Wäre wohl mein Tipp. Dann noch. Da reicht einer nicht. 100er Raubel. Mitgenommen. Reike. Shiny Pamelin. Aus Gundelfingen. Baden-Württemberg. Meg Maggie. Shiny Flauschling. Shiny. Kryptozaptos. Nummer 1 und Nummer 2 hintereinander direkt. War eigentlich auch mein Ziel beim Dortmunder Raidboos dann auf Shiny Kryptozaptos Jagd zu gehen. Wir wollten wieder gemeinsam Tour machen. Gemeinsam Raiden. Spaß haben. Hat sich erledigt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen überhaupt noch eine Tour machen oder nicht. Jetzt war ja das Wochenende. Da wurde glaube ich nichts gemacht. Oder es wurde in einer anderen Gruppe gemacht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das jetzt auch erledigt. Für mich. Meg Maggie hier nochmal. 100er Fulifras. 100er Kommandutan. Shiny Hopspros und Barmelin. Ferculi. Auch mal Schwein gehabt. Noch mitgenommen. 100er Quacks. Shiny und Duster. Weiblich und männlich in Shiny von Fragrunz. Wo man den Unterschied sieht. Das hat Kruste am Auge. Und das, da sieht man es gar nicht, weil das Ohr drüber hängt. Der Schwanz ist aber auch anders. Alexander Ahringer. Endlich Shiny Arakwa in Pokémon Go. Meine Community Day Ausbeute von Glumanda Classic. Die Shiny-Rade war etwas mauer. Reicht. Familie voll. Endlich Shiny Ferculi in Pokémon Go. Endlich Shiny Hund Duster in Pokémon Go. Er hat auch wieder ein Daniel Schilling Bild geschickt. Ich habe das ausgelöst. Das kommt davon, wenn man wegfährt. Dort zwar ein Haufen Pokestops sind, aber nur ein Showcase. Hauptsache, den habe ich gewonnen. Das ist Tiso. Glückwunsch dazu. Mit einem Glurak in XXL gewonnen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Oder doch. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange hin. Schwein gehabt aus den Aufgaben. Da noch ein Ferculi mitgenommen. Blood and Tears. Katagami gehört zu den blutigen Füßen. Der Rest hat das blutige Tier gecashed. Umgekehrt wäre es mir irgendwie lieber gewesen. Das heißt, das blutige Tier hat Arktos. Wobei. Groudon. Lucky. Schon das zweite. Hundertprozentige. Da haben wir Blacks. Und was die blutigen Füße. Fios. Füße? Ein 100% Katagami im allerersten Raid. Das war Pokédex Eintrag mit dem Hunderter. Ich habe die XL schon gesammelt gehabt und zusammen. Ich habe noch keinen Hunderter gehabt. Ich war auf der Suche. Ich habe dann gedacht, wenn das Ding weg ist, ich max auf jeden Fall ein 98er. Weil ich genügend XL habe, um irgendwann ein 100er zu maxen. Wenn das noch kommt. Weil das ein guter Pflanzenangreifer ist, hätte ich einfach mehrere gemaxed. Und das war mit dem 98er angefangen. Hat sich jetzt erledigt. Wieser Fan Enzo. Shiny Pikachu in 100%. Kann man mal mitnehmen. Timo zeigt uns hier einen super Automat. Das ist, glaube ich, der coolste Automat, den ich hier gesehen habe. Nicht nur, dass da besondere Getränke und so drin sind. Auch Takis. Samyang Nudeln. Und vor allem die Hot Chip Challenge am Automat. Wie viel kostet die da? Ich habe damals so ein Ding für 7 Euro gekauft auf der offiziellen Seite. Mittlerweile gibt es viele Händler, die das verkaufen. Für 10 Euro. Wie viel würde das dann im Automaten kosten? 15? 20? Wenn eine Packung Samyang, die eins noch was kostet, da schon 4 Euro kostet, dann müsste der Hot Chip ja mega teuer sein. Aber cool, dass es die im Automat gibt. Kannst du unterwegs einfach sterben und es würde keiner mitkriegen. Cumulus nun auch in der richtigen Farbe. Fergoli, Shiny, Barmelin mit knallrotem Ball. Shiny, Metagross, 100% mitgenommen. Da nochmal, Totonado, mitgenommen. Shiny, Dedenne, Shiny aus dem Rauch. Wo sieht es aus? Die Straßen gab es im Shop zu kaufen, die waren mir aber zu teuer. Bestimmt nicht so teuer wie der Hot Chip, aber sehr schön. NS hat wieder zugeschlagen. Der NATO-Sekt. Farid am Mittwoch hier ein 100% Bierschanger. Das musst du Bierschanger nennen. Aber richtig schreiben, das passt schon. Lenzart, 1090, 100% Glumanda. Voltenso aus dem Mega-Raid, glaube ich mal. Aus dem Mega-Raid rausgezogen mit Wetterbrust in Shiny. Sehr schön. Dann hat er sein Impagato zu Imperium von Gunther und Kaiser. Und Giovanni unge-dings erlöst. Das ist ein 100%iges Barmelin-Schein hier am Start. Quacks aus der Feldforschung. 100% Quacks, mein Stader aus Purpur. Und ich habe es als Plüschtier in Berlin gekauft. Auf allen Accounts das wilde 100% Barmelin eingetütet. Warum auch immer. Benjamin, wieder zwei Duo-Rades. Ich korrigiere. Ein Duo-Raid. Nämlich Krypto-Zaptos zu viert. Ja, ich korrigiere nochmal. Ein Foro-Raid. Krypto-Zaptos zu viert. Ohne Edelsteine benutzen, besiegt. Boss hat Bohr-Schnabel. 46 Sekunden über. Und dann ein Solo-Raid. Ohne Edelsteine. Gegen Elektek. Krypto-Elektek. Ja, brauche ich auch nicht. Hat sich für mich erledigt. Glückwunsch dafür. Brian lebt auch noch und hat einen Shiny-Tordonado eingesendet. Annika, haben wir hier ein Bursti mitgenommen. In 100%. Dome. Der heißt nämlich hier Dominik. 1888. Ich bin, der YouTube kommentiert hat mit 100er Fergoli Shiny. Falls du Raider Mittwoch machst, kannst du damit reinpacken. Viel Glück. So viel Glück hat man es ja jetzt. Liebe Grüße, Dominik. Mysterio. Wollt ihr auch zeigen, dass ich es wirklich habe. Ansonsten schönen Abend hier noch. Liebe Grüße aus Elbe, Paré. Sherry-Roa-Land. Kenne ich nicht. Sieht aber brutal aus. Da würde ich auch gerne wohnen. 314 dp Fergoli Shiny in 100%. Das wollte ich erst als Schocker der Woche machen, weil ich finde das irgendwie cool. Dieses rosa Schwein in 100%. Dann kam Karin Suel. Die hätte dann Schocker der Woche sein müssen. Da wurde ein Shiny Rayquaza geschickt. Aber sie hat ein Shiny Rayquaza in Glücks 100%. Also das ist ein Schlando, ne? Shiny Lucky Hando. Schlando. Ist cool, ist cool. Werde ich nie wieder haben. Gut, perfekt. Dennis. Galler Vogel gefangen. Benji. Skalück gebrütet. Romeo. Rameses, habt ein Video gesehen, dass die traurige Nachricht gehört, dass sein Account gesperrt wurde. Hoffentlich produzierst du trotzdem weiterhin den geilen kranken Content. Das ist jetzt ein Unikat. Was ein 100% Raubi war, hast du mir trotzdem getauscht. Und ich hatte es noch immerhin ehren. Ich hatte ein 100er Raubi. Das ist weggegeben. Außerdem hoffe ich dir geht's gut und Adi gute, bessere und viel Kraft war gesund zu werden. Ja, war das auf jeden Fall. Adi geht's besser, mir geht's schlechter. Wir haben die Seele getauscht. Da seht ihr, da bin ich ein 100% Raubi rübergetauscht. Ja, das Ramses genannt. Mittlerweile ist es ein Safcon. Das ist doch nett, dass da noch an einen gedacht wird. Ich habe noch eine Nachricht auch von der Eva Leitner bekommen. Hey, guten Morgen. Ich würde dir gerne eine kurze Geschichte erzählen. Seit Campfire existiert, habe ich eine richtig gute Freundin gefunden, die leider knapp 600 Kilometer von mir entfernt wohnt. Vorher habe ich lediglich alleine Pokémon Go so alleine vor mich hingespielt. Aber sie hat mir unglaublich viel beigebracht. Von ihr habe ich auch von dir und deinem YouTube-Channel erfahren. Sie liebt deine Arbeit und ich deswegen jetzt auch. Du bist unglaublich herzlich, authentisch, ein liebevoller Kader-Dad. Ein Vater, der einen Kader hat, wenn er gesoffen hat. Ein Kader-Fader. Ein Kader-Dad. Und hast einen mitreisenden Humor. Sie hat schon mit dir mitgelitten, als du umziehen musstest. Die Preise der Fanrate, wenn sie so gestiegen sind und die Fanrates beschränkt wurden. Da sie selber kein Insta hat, habe ich ihr dann die Geschichte mit Adi erzählt, die uns beide sehr mitgenommen hat. Selber Kader zu Hause. Die saufen auch heimlich. Wir sind sehr erleichtert, dass ihr einen Weg gefunden habt, noch eine glückliche Zeit miteinander zu verbringen. Sie heißt auf YouTube übrigens Silberstern. Habe ich schon mal gehört. Spielt nicht nur Pokémon Go sehr exzessiv, sondern mittlerweile auch Peridot. Silbersternchen hat schon vor Wochen ein Dot gezündet. Welche sie sehr an dich und Adi erinnert hat. Und das Dot nach dir benannt. Ich wollte es dir schicken, weil ich die Geschichte echt süß finde. Viele herzliche Grüße von uns. Da ist ein Dot. Ich weiß nicht schon mal was ein Dot ist. Ein Dot in Peridot. Das zündet man wie das zündet man. Ist das eine Kerze oder was? Ich habe die schönsten Grüße an Hannes vergessen. Na also. Und das ist jetzt hier ein Peridot. Bunder, Farbverlauf, Muster, Schweif, Spargel. Hanna, Rambo, Merkmale. Hermes, Material statisch. Gesicht rund. Ohren wie ein Bär. Ramsilu, Silberstern. Ich verstehe zwar kein Wort, aber danke dafür. Balu hat ein, ich glaube, Shiny-Krypto-Zaptos mitgenommen. 100% Zobiris gefangen. Feuerwehr-Fra. 100er Glumanda getauscht. 100er Felori gefangen. Shiny Stolunio bekommen. 100% Shiny-Zaptos erlöst. Also das war gutes. Shiny-Krypto. Sie hat es erlöst. Zu einem 100% Shiny-Zaptos. Hättet ihr das auch gemacht? Wenn ich noch keinen 100er gehabt hätte. Ja. Jetzt hat es sich eh erledigt. Egal. Das hätte Schocker der Woche sein können. Oder die Dreistigkeit des Monats. Aber sowas gibt es ja nicht. Das war das letzte Bild. Folge zieht sich heute ein bisschen. Wegen Krankheit. Wir kommen jetzt aber noch zum richtigen Schocker der Woche. Der wahrscheinlich jetzt total langweilig wirkt. Aber ich den halt so, als ich den gesehen habe, gedacht habe. Oha. Wir kommen jetzt zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt nicht etwa von Adi Schatz. Nein. Alles Gute. Der kommt von MegaGrowdon2298. Der hat ein Frospino gefangen. In 100%. Am 12.09. In Hannover. Grüße gehen raus an Tobi. Ich höre ja schon von allen, die sagen, sie haben noch kein einziges Frospino gesehen. Dann gibt es die Leute, die sagen, sie haben in New York geschaut. In ganz New York sind nur drei Frospino gespawnt. Da musst du mal Glück haben, dass in deiner Stadt überhaupt ein spawnen. Und dann muss das auch noch ein Hunderter sein. Und das ist, glaube ich, ein Pokémon, was momentan am beliebtesten und begehrtesten ist. Ich habe gesehen, bei Paponero in der Liste sind schon Leute, die Level 50 sind. Die haben schon die komplett fertige Endentwicklung als Buddy und rennen damit rum. Hätte ich ein Frospino, hätte ich es ja auch mit den ganzen Sonderbonbons, die ich habe, einfach entwickeln können und auf Level 50 ziehen, hätte man sowas machen können. Für nix. Ja, egal. Ist leider nicht mehr so. Ich freue mich jetzt hier über eure Einsendungen. Da sehe ich immer, was ich alles verpasse und nicht mehr haben kann, nicht mehr möchte, nicht mehr brauche, weil ohne Main macht das keinen Sinn. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer kranker, kümmerlicher Ramses. Kleiner Feigling, kümmerling. Erstmal Magenbitter. Tschüss. 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 Tschüss.